Willkommen zurück zu einem neuen Video, heute spielen wir wieder Shellshock live mit meinem guten alten Kumpel SnileyStyles, hey! Bro, bist du bereit? Oh Bruder, ich bin so bereit Wie bereit bist du von der Skala von 1 bis 10? 2 Wer das Spiel nicht kennt, das ist ein Tank-Spiel, wo ich immer gewinne Habe ich meistens gewonnen oder habe ich meistens verloren? Nein, nein, am Ende nicht mehr Am Anfang hast du immer gewonnen, weil du hattest einen Level-Unterschied Ja, komm, jetzt schieb es nicht darauf Nein, es war halt so Nee, warte ganz kurz Du warst halt so ein kleiner, fetter Nerd, der in seiner Breitzeit die ganze Zeit Shellshock gespielt hat Kannst du aufhören damit? Ich habe in meiner Breitzeit nicht Shellshock gespielt Na klar hast du es gespielt Okay, ich nehme diese Waffe Oh Gott, ich bin echt schlechter geworden, glaube ich, in dem Spiel Aber mal schauen Oh, sehr gut Hä, wie trifft mich das? Wieso? Hast du dich teleportiert? Ja, ich habe mich teleportiert Ah, okay, ja, ja, das ist Das ist was zur Hölle Okay, was hast du vor, ne? Oh mein Gott, ich habe meine Waffe Oh Gott, okay Uh, Danny Was hast du, was hast du, was hast du? Oh, oh, oh Oh, hä? Das wird schön Oh nein, nicht das, okay, das hasse ich Ey, das muss noch ein bisschen Schaden machen Warte, ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Das war richtig schwach irgendwie Ich habe eine Idee Bitte, das wird funktionieren Ey, du hast kein Messer, oder? Bitte, das wird funktionieren Nee, ein Messer habe ich nicht Aber ehrlich gesagt etwas Besseres ist ein Messer Pass auf, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit, ich bin bereit Okay Ich weiß nicht, ob das trifft Nein Bitte, bitte, bitte Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott 124 Schaden Wow Okay, das ist crazy, Alter Wow Ich weiß nicht, was du dagegen tun willst, Bro Es tut mir leid Du musst dich ja irgendwie überbieten Ich habe noch so eine Waffe Ich, oh Oh, verdammt Das war ja nicht War anders, so viel Schaden Das soll fair Chill, chill, chill Wieso hast du so eine Kackwaffe? Nimm das hier Oh, verdammt Bitte, Triff Ey, Danny, du bist so traurig, ne? Oh nein Ich, ich, ich Mann, das heißt, dass ich gewonnen habe Ich habe jetzt eine Idee Ich muss mal ganz kurz nachdenken, gell Welches Ich habe nur Kackwaffen, ne? Ich auch, glaube ich Oh nein, was hast du vor? Hör auf Hör auf Geh weg, Alter Nein, nein, nein Komm Bitte Oh Oh mein Gott 55 Schaden, das war's? Oh Nein Oh, aber ich glaube, ich kann dich einsetzen Ich weiß nicht, wie Ja, dann setz es mal lieber nicht ein Brauchst du auch gar nicht Ich habe nur 67 Leben, ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich überlege Warte, was macht die Waffen? Ich habe vergessen, was die macht Ich probiere es jetzt einfach Wie heißt die denn? Kampfjet Oh nein Ich hätte es aufdappelt Nein Ich habe vergessen, was sie tut Okay Ich habe vergessen, was die Waffe macht Nein Ist das schlau? Oder bringst du es selbst? 57 Leben Bitte nicht Oh nein Ey Ey, Mann Ich hätte mich einfach nur erinnern sollen Was die Waffe macht Da hätte ich gewonnen, Alter Ja, ja Hätte, hätte Fahrradkette, Mann Also ich muss sagen Es ist gar nicht so einfach hier Ohne dich zu beleidigen Zu verlieren, was ich meine Danke für die Gears, Bro Es ist gar nicht so einfach hier Ohne dich zu beleidigen Zu verlieren, muss ich sagen Hier machen wir leid Dann ist alles gut Manchmal verliert man Manchmal verliert man Ja Und manchmal von Danny Dann verliert man auch Okay, okay Es wird schon Diesmal habe ich bester Waffen Ey, Bro Bro, ich habe gar keinen Respekt mehr vor dir Äh, witzig, witzig, Alter Okay, oh Oh mein Gott Wieso fängst du eigentlich jede Runde an? Ich bin besser als du Okay, akzeptier es In was? In gar nichts eigentlich Ja Okay Ähm, ich jetzt Letzscheiße Ich jetzt, äh Warte, das ist Okay, ich hab Ja, ich mach Das sollte gut sein Das sollte gut sein Was ist das? Wachsender Roller Wachsender Roller Weißt du, was auch immer wächst? Was denn? Mein Pedis Ne, der bleibt immer winzig, sorry Ey Tut mir leid, okay? Er wächst Aber er wächst Ein Zentimeter zu drei Ja, okay Oh Chuchu Ja, okay Freust du dich jetzt, Alter, ein Keks, Mann? Ja, Mann, ich freue mich gerade richtig Okay, warte mal Ich, ich setze Ich will nichts einsetzen, was Wir sind hier nicht bei Pokémon Oh Mann, stimmt, ja, ja Oh mein Gott Trifft das? Bitte es trifft, bitte es trifft Was ist das? Oh Hey, Bro Bro Ich glaub's grad nicht Alter, du bist ja echt scheiße geworden Ey, das nervt sehr, dass du da bist Kein Respekt Kein Respekt Die Waffe ist kacke Die Waffe ist kacke? Ja Die hat mir aber ein Gear gegeben Ja, aber die ist kacke, glaub mir Du hast ja nicht mehr mehr steht Ich zeig dir eine Waffe, die gut ist, okay? Zeig mir eine Waffe, die gut ist, komm her Ja Hier ist die Waffe, die gut ist Verdammt, Mann Oh, wow Oh mein Okay, warte, warte, warte Die Waffe könnte dich ausschalten Oh, nee Das machst du Mach's witzig, oder? Weil die Ja Ein Effekt hat, dass die Leute mobbt Weißt du? Oh, kacke, Alter Kannst du da hochfahren? Ja Wenn Ja, dann Hab ich verkackt Oh mein Gott Okay, D, D, du hast gewonnen, Mann Du hast gewonnen Glaube ich nämlich auch Oh, wow Danke für die Gears, Bro Danke für die Gears Weißt du was? Das sind theoretisch nur deine Gears Die ich angeleckt habe Und mir in den Arsch geschoben habe Ja Das machst du nicht Und die hast du wiederbekommen Tja, siehst du Ich bin halt mega dankbar für die Gears, Bro Damit hol ich mir geile Waffen Damit ich sie nochmal zerstören kann Ach, du hast doch nicht alle Waffen Ähm Oh, warte mal Ich darf sogar mal eine Runde anfangen Oh, nee Hör auf damit, Mann Also, es gibt echt viele Waffen Von denen ich keinen Plan mehr habe Muss ich ganz ehrlich sagen Weißt du, von was ich weniger Plan habe? Von deinem Gesicht Weil das einfach scheiße aussieht, Mann Ich kann nix dafür Ich kann nix dafür Du siehst einfach scheiße aus Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Wie schein war das? What? Alter, nein Nein Also, ich glaube, ich muss es jetzt eliminieren Nein, das kannst du nicht bringen, Mann Hab ich eine Waffe, die noch mehr Schaden macht als die Bienen? Ey, D, das ist voll uncool Ja, okay Ja, hör zu Muss sein, okay Was? Hast du die Bienen? Ja Nein Nein Danny Nein, ich hab dich ganz getroffen Bitte, das lief ich trotzdem 180 Schaden Ja, okay Ich bin zufrieden 200 Schaden Oh, mein Gott Let's go Ey, das ist so unfair, ne? Das ist so unfair, ne? Bin ich, Leute? Das ist so unfair Wieso kriegst du... Ey, das ist wirklich langsam unfair Du bist unfair Ich versuche hier nicht mal irgendwas schlecht zu reden Das ist einfach nur unfair Ja Oh, was... Guck dir den Scheiß an Guck dir den Scheiß an Was ist das? Ach du Scheiß Oh mein Gott Oh Alter, du tödlest dich ja gleich selbst Hä? Bro, ist alles okay bei dir? Du, deine Waffen sind nicht die beste, oder? Oh Gott Ey, wenn ich das überlebe, mach ich überlebe es nicht Ich überlebe es nicht Oh mein Gott, ich hab kein Bock mehr, dieses Scheißspiel Alter, danke für die Geass, Bro Danke für die Geass Oh, ich hab bald hier Tumor, ich würde da mal Level 80 Nach drei Jahren Ey, das ist so unfair, wenn du Double Damage bekommst Das ist doch so ein... Ja, was denn? Ich muss ja auch treffen, oder alles, ne? Ja, tut mir leid, das war schwer dazu treffen Oh, schon wieder Double Damage, sehr gut Ja, ja Tja, was nehme ich diesmal? Habe ich ne Waffe, die hundertprozentig treffe Also, meine Waffen sehen extrem schlecht aus Also, extrem schlecht Also, so wie dein Gesicht Wow, das sieht echt mies aus Meine Waffen lauf Oh Gott Oh nein, ich weiß nicht, was ich einsetzen soll Aber ich setze einfach das ein Du hast ja wenigstens Double Damage Ja, ist doch mal Ja, hör auf, drum zu heulen, okay? Wieso kriegst du immer Double Damage? Das ist doch voll lächerlich Das spiel ist für mich, okay? Nicht für dich Das ist so lächerlich, Mann Dafür, dass du überschissene Waffen hast War das guter Schaden, Bro Guter Schuss, danke für das Kompliment Es ist so lächerlich Auf jeden Fall, du hast recht Außer, dass du natürlich nicht recht hast Oh, oh Das ist immerhin der beste Waffe, was ich hatte, okay? Ja, aber das war auch meine einzige Waffe, die okay ist Ja, ja, bla, bla, bla So, nehmen wir den hier Obwohl, ey, warte, du hast den getroffen? Wow Ja, natürlich Ich kann mich erinnern, was sie tut, Bro Hat er dich nicht auch getroffen? Nein Oh mein Gott Ey, danke für das Gier Alter Ich hab ein Gier bekommen, geil, Alter Okay Hm, was hat sich das nächstes Oh Ja, das Au Das war relativ gut getroffen Das macht aber nicht so viel Schaden, ne? Leider Meine Waffen sind halt Kacke, wirklich Ja, so wie du So wie dein Mann Okay, warte Ich geh mal hier hin So, und ich hoffe, ich kann das da reinschießen Bitte Wo rein? In mein Popolock? Ja Oh nein, das wird Schaden machen Sehr schön, sehr schön Oh, warte, die Klammland sind halt ein Alter Oh Gott Du hast dir ja mehr Schaden selbst gemacht als sonst was Ja, ja Aber das ist, um dir eine Chance zu lassen Weil ich hab langsam Mitleid mit dir Alles gut, alles gut Ich komm klar Nee, du hast, bitte nicht Hör auf Was hast du vor? Soll ich die Muskete benutzen? Hör auf, Alter Ich glaub, die ist schlecht Ich glaub, die ist wirklich schlecht Oh Gott, ich hab auch was für einen Nahkampf, okay Ich glaub, die ist wirklich schlecht Ich probiere Okay Ist okay, ist okay Okay, lass mal sehen, ob die besser ist Ja Was war das? Das war die Uzi Die Uzi? Ja, ja, die ist besser Die ist auf jeden Fall besser Okay, warte, ich setz das hier mal ein Ich weiß nicht, ob das Gute ist Oh mein Gott Okay, 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 okay Ich hab noch 40 Lehren, verdammte Kacke Ich weiß nicht, wie Ich hab diesen Schockpanzer, aber ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht Äh, ich glaub nicht so viel Ey, was tust du da? Hör auf, in meine Nähe zu kommen, Alter Oh Alter, das war ja nix 35 Schaden, das ist traurig Jetzt muss ich dich langsam töten, ne? Äh, ja, du hast nur noch Wie viel Leben? Zwei? Zwei Oh, scheiße Bitte, das tötet dich Ne, fünf Leben Was ist das? Ich bin tot Oh, ja Der Pointer, oh mein Gott Oh mein Gott, let's go Oh mein Gott Das ist so eine geile Waffe, ne? Der Pointer, wenn er trifft, ist ein Wahnsinnswasser Ja, danke für die Gears, Bro, ne? Wenn du dich mit David just an, ist sowieso Feierabend Ja, okay, aber danke für die Gears, Bro, ne? Ey, Bruder, kein Problem Ich spende dir mit deinen 95 Gears Nicht Team wechseln, nicht Team wechseln Oh Gott Wieso Team wechseln? Ich weiß nicht, hab ich jetzt Mach doch einfach Team Fragezeichen, dann ist doch alles gut Okay, okay Ist doch egal, welchem Team du bist Stimmt, stimmt Oh Gott, Alter Kann ich mir eigentlich eine Waffe kaufen? Wo ist denn der Shop? Ja, zu spät, Mann, zu spät, Alter Alles gut, ich darf sogar mal anfangen, eine Runde Ja, das stimmt, ja, darfst du echt? Woo Okay, dann versteck ich mich mal hier Nee, versteck dich mal da Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut Das gefällt mir Ähm Du konntest nicht so weit kommen Oh, ich hab eine Idee, was ich als nächstes tue Was denn? Das könnte ganz geil sein, tatsächlich Wirklich? Könnte es? Sehr, okay Oh, da bitte Egal Okay, warte mal, hab ich irgendwas? Was tat? Nee, hab ich nicht, okay Irgendwann ich nehme das hier Und was nimmst du? Sie haben die Waffe schwächer gemacht Aber vielleicht hab ich Glück Zeig, ja So Ach ja, die wurde wirklich schwächer gemacht Aber das reicht Uh, ja, sehr schön, sehr schön Das reicht Okay, ich hab noch ein Messer Hast du auch ein Messer? Ja Nein Nein, darf ich auch nicht Oh, ich hatte Angst gerade Ja, solltest du auch lieber Ich nehme nochmal das hier Oh Gott Das sollte Schau dir mal diese Waffen an Die wurde ich schwächer gemacht Die wurde ich schwächer gemacht Ich erinnere mich Diese Waffen an Ja, die sind jetzt nicht so geil Okay Alter Alter Damit hab ich auch nicht gerechnet Schau dir mal dein Life, Bro Schau dir mal dein Life, Bro Mann, Alter Mann Ah, vielleicht die Fresse, okay Halt die Fresse Okay, du nervst gerade Mega Oh, die war Ja Ein 40 Ich hab das Gefühl In letzter Zeit Krittet man nicht mehr hier Ja, ich hab das Gefühl In letzter Zeit Laberst du halt echt viel Müll Und das Weißt du, das nervt einfach Hör auf damit, okay Wirklich Guck dir das an 50 Damage Mann, ich kotze meine Eier aus Problemmäßig, ich glaube Ja Mann Ich weiß nicht, ob das dich tötet Wie viele machst du? 1,40 Wenig Oh mein Gott Ich hab das Diesen hab ich verloren Ich hab auch keine Items Okay, ich setz mal die Waffe ein Bitte Bitte Der Funkler Oh mein Game over Wuuu Ey, das ist echt Ich kann es nicht glauben, Alter Danke für die Tiers, Bro Okay, okay Das war ein guter Game Wie viel steht jetzt? 2,3, ne? Ich glaube 2,3 Okay I'm ready Ich bin auch ready Ich bin auch ready Mann, das ist echt unglaublich Oh Oh Alter, meine Waffen dieses Mal Oh, meine Waffen sehen auch okay aus Okay Okay sehen die aus Ja, meine auch okay, ehrlich gesagt Also ich glaube, ich könnte sogar Ja Ja, aber es wird zu schwer Was könntest du? Ich könnte tatsächlich dich und das Double Damage treffen Mhm Aber es wäre sehr schwer, also Ich versuch's mal Indem ich die Teile einsetze So willst du's probieren Oh mein Gott Oh 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 mein Gott Oh Oh mein Gott, hast du das gesehen? Hat das Double Damage überhaupt gezählt? Weil es hat doch alles 20 Schaden gemacht Ja, für ein Für einen Schuss, ja Es hat doch alles 20 Schaden gemacht Das Team der Welt Nein, du sollst sagen Du bist ja mega alt Okay Egal Du sagst, äh Dieses 100%-Item Ja Sehr 100% Ja, kann ja auch einfach sein, dass du scheiße bist Mega geil 100% Oh Ey, kannst du bitte abhauen, Alter? Alter, das war vielleicht dämlich, Mann Was tust du da? Weil ich hab jetzt keine gute Waffe Okay, dann reiß ich uns beide in den Tod Hä? Ist das ein Scherz jetzt? Ich weiß nicht, was ich das machen soll Wieso kommst du halt Wieso kommst du überhaupt her? Ey, ich dachte, ich kann ein bisschen weiterfahren Ja, aber sei doch nicht dumm, hier Oh nein Oh Gott, ey Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Es geht nicht anders, okay Oh, bitte kein Krit, bitte kein Krit Doch, Krit, Krit Naja, das war nicht Oh, oh, oh Achso, das fällt genau am Ende runter Oh, wow Da hab ich dir ja gar kein Verständnis für Oh, Fische Weißt du, wann es runterfällt? Ganz am Ende, das kann nicht wahr sein Bitte explodier bei Ey, ja, genau Oh Naja, was hast du bekommen? Ein Tor Was ist vor dem Tor? Meteor? Hä? Meteor? Ich setze es einfach mal ein, okay? War das ein Meteor? Ja, ich glaub schon Ich bin am Arsch Wow Ey, das hört sich an wie diese Silvesterböller Ja, wie geil sieht das denn aus? Ich kann mir nicht mehr hoch Oh, du hast die A-Karte Kann ich dir jetzt schon sagen Du hast ein riesiges Problem Ich bin so noch Schild Oh mein Gott Hallöchen Ja, das wäre aber feige jetzt Das wäre aber feige Oh, oh, die Waffe Oh mein Gott 15 Schaden, nein Oh Ey, guck mal, das Puppelhoff deiner Mutter Ey, du bist immer dumm, ey Okay, ähm Ich will dich auch einfach mit dem Doppel Damage treffen jetzt Ich bin auch schon im Arsch So, hier Bitte treff Oh, das ist aber traurig Alter, dann war das doch ein Crit dazu Ist das ekelhaft Oh mein Gott, okay Schneiden wir uns auch schon das Video Nehmen wir noch eine Folge von deinem Kanal auf Ja, auf jeden Fall Okay, Leute Vielen Dank für's Zuschauen Texte in der Beschreibung aus Abonnieren und kosten Es gibt keine Videos mehr dazu zu passen Für mehr davon ist es noch oben da Falls du abonniert hast Dann will ich die Glocke da unten Dann wirst du mir nachricht Sobald ich das Video hochlade Und ich sehe dich im nächsten Video wieder Bye Bye